ja schon schlimm das ist natürlich auch eine geile idee so so was zu erstellen wieso bist aber mein pin christian was los schlaf doch nicht sofort ein gegner modus extra angemacht würde ich nur für dich so ein langweiliger schmarrn und da muss ich mich extra killen lassen extra fliegen ja wahrscheinlich so ein scheiß ding du tötest mich jetzt nicht nochmal mein freund ich habe endlich stiefel gefunden ich kann mir schuhe leisten er kann sich schuhe leisten gönn dir er hat die schuhe an die schuhe an er hat die schuhe an der gestiefelte anubis demnächst im kino in hauptrolle mit anubis ich komm in ein level rein zack next level erreicht dann laufen wir mal mit einfach nur so christian schreibt nicht okay mit so einer drecks cover nächste schuhe erreicht wie du musst ein da sind wir dabei das ist prima die man die lust die warte ist diesmal kriegst du mich nicht so schnell nein du doch nicht der andere ich mein was kennst du denn noch so für lieder sag mir auch nicht so ein lied ich werde ich kenn's der rollende forz auf der gardienstange ist auch ein film kennst du den das ist so unlogisch ne ohne scheiß dieser modus ist richtiger abfuck scheiß ohne witz ne ich könnte dich umbringen ohne scheiß man und noch mal scheiß so wo ist der counter heute sind die zuschauer mal wieder voll aktiv dabei ja besonders ich ich komme zu und zocke selbst gut alles klar was habe ich denn neu das ist leicht dann gibt es bessere modis knallhart gerade was so machen da müssen wir gucken ob wir es jetzt kriegen vielleicht haben wir ja glück mal dass die scheiß zeit noch läuft so großjagd 2 großjagd 3 schieß mich tot leg mich am mio gg schreibt da im bordell aufräumen ja wahrscheinlich schöne aussichten ja komm mach mal schöne aussichten oder was ist eigentlich aus der einen da gestern geworden aus der einen ja die dir da ihre schöne bildchen senden wollte sagen wir es mal so du meinst sky ja ich weiß nicht wie die heißt skyler skyler genau skyler ist links wo es links der wumms links der wumms ja ist schlafen ja aber wolltest du dir dann nicht noch so schöne bildchen senden ja die wollte ja hatte schon hatte schon ja und warum hast du die noch nicht warum hast du die noch nicht wenn ich die nicht weitergeben darf musst du mit mir schreiben also du hast doch den namen oder hast du nicht den namen von ihr im facebook namen nicht nein also vorhin aber gepostet müssen wir nachher mal privat sein kann ich nicht tut mir leid dann warte bis sie das nächste mal online ist aber ich gebe keinen start in dem moment raus wenn sie das dann noch mal machen dann leben ich lebe ja das ist so brutal was zahlst du denn digga wenn ich irgendein spiel mal wieder hab was ich gar nicht leiden kann und nicht mehr spiele dann sage ich dir bescheid das neue spiel dann für die ps4 ja dann nehme ich ich krieg da einen ich frag deinen stream stream krieg ein pc stream antwortet nicht lauf 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 oi fucking oi ok was hat er geschrieben nein nein hat nicht geschrieben das ist musik im hintergrund oi fucking oi das ist so ein fettes monster was ich noch nicht besiegt kriege ich meine vom style her vom style her passt es ja jetzt ne zu dem rennen ich dachte dass ich hier alleine kriegen muss kriege ich es alleine besiegt schaffe ich das kann ich das nein er kann es nicht habe ich den skill hat er den skill und kann sich durchziehen lassen ohne was zu tun ja er hat es ja den skill habe ich schon lange aber da sind so ein hässliches fettes vie über mir er sagt doch mal hallo vielleicht ist es freundlich dem jeglichen der gegner ich habe schon mit deinem characteristics zu tun ach das ist ein unfreundliches wie ich dachte das ist freundlich sorry jetzt einmal in dem arbeit Ich krieg nicht mal die Maleplatte, was ist denn da mit kaputt, Alter? Du bist einfach zu gut dafür, würde ich sagen. Ja, ich bin so gut, dass ich Dings nicht besiegen kann. Einfach ein Viecher. Scheiße, ich hab keine Disziplin mehr, scheiße. Das heißt, ich kann einige meiner Fähigkeiten nicht mehr verrennen. Keine Disziplin? Ja. Nicht gelernt in frühen jungen Jahren, so wahr? Ja, das ist so ne Anzeige bei Diablo. Ich hätt meinen Charakter öfter schlagen sollen. Ja, das wirds wohl sein. Lauf du Sau, lauf, lauf, lauf! Wasser, Brot und Peitsche. Der Portalwächter ist angekommen. Das ist schon ne Kacke, kommt man noch nicht mal richtig ans Ziel. Ich spawn mich den anderen hinterher und wo lande ich? Portalwächter. Fuck you. Oh ne, bin dort. Aber war klar. In der letzten Sekunde, wahr? Ne, ne. Wie, nie beendet. Ey, was ist das für ein Bug, Alter. Nie beendet. Fake. Das ist ein Fake, definitiv. Ich bin auch so ein Fake. Ey, in der letzten Sekunde bin ich reingerutscht, guck dir das an und dann... Nie beendet. Du hast beschlissen. Was? Wenn Brawler fährst du? Mhm. Oh shit. Na nehmen wir den, er war. Was? Verkehr? Nichts, wenns, was. Irgendwas mit Verkehr hab ich gelesen. Ja. Hat aber nichts mit Geschlechtsverkehr zu tun. Raus. Also Lucky, so perversa und die Uhrzeit gehen. Hallo? Ja, ganz raus. Doch, jetzt haben wir es um 6, jetzt darf ich nichts mehr sagen. Die war für mich nicht. Raus. 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 Also ein Rennen von 1 bis 30. Raus. Ach du will. Er stellt überhaupt keine Reaktivität. Ach du will. Ach du hat auch keinen Schaden raus. So ein Köcher dabei. Tja, nehmen wir doch den hier. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Und setzte meinen Hunderter dagegen, bitte. Was? Den Hunderter auf dich setzen. Kannst du auch mehr setzen, wenn du willst. Der Tag ist voll. Thank you. So, damit die Wette angenommen wird. Ob ich nun gewinne oder verliere, ist ja dann relativ egal. Ah. Das ist der Benchy, ne? Ja. Okay. Also Nachtfahrt, man hat sich wie die Pest, ne? Ich auch. Was schreibt denn so der Stream? Extrem viel. Ich kann gar nicht hinterher mitlesen, Digga. Ich bin gerade noch aufgefordert. Und jetzt kommst du nicht mehr hinterher. Ja, du bist so. Ist echt so, ne? Ich kann mich kaum vor Chatnachrichten retten. Schlimm. Kennst du sicherlich auch sowas. Also einfach, wenn alle auf einmal schreiben, ist es wirklich schwierig, so. Schlimm. Gut, ne? Schlimm. Oh, du warst auch langsam müde. Kann das sein? Ich tue nur so. Eins, ne? Kannst du mich mit der Karre abziehen? Das gibt's doch gar nicht. Nein, ich schlafe nicht mehr. Pfff. Pfff. Oh, shit. Oh, shit. Dann musst du mir nicht hinterher verfahren. Deinen eigenen Weg. Bei mir kann nur Scheiße bei rauskommen. Nein. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen bei diesem Let's Play von Diabdo. Ich bin euer Nubis, ihr Zocker-Junkies. Bis später.